Hey Leute, schön, dass ihr wieder da seid zu einem neuen Video von mir. Im heutigen Video möchte ich dir ein ganz, ganz tolles und wichtiges Produkt zeigen. Also für mich ist das wirklich unglaublich wichtig und auch wertvoll, denn so habe ich einfach Lebensqualität wieder zurückbekommen. Ich möchte mit diesem Video hier einfach auch anderen helfen, die einfach auch genauso extreme Hautprobleme haben und dann hoffentlich nur noch hatten. Dann, wir starten jetzt direkt mit dem Video und ich würde sagen, viel Spaß! Fangen wir mal an mit der Vorgeschichte oder ganz am Anfang. Als ich geboren wurde, hatte ich unglaublich trockene Haut. Damals wurde dann auch schon Neurodermitis bei mir festgestellt. Die heutigen Ärzte, muss ich sagen, sind eigentlich da ein bisschen vorsichtiger. Die stellen dann nicht so schnell Neurodermitis fest. Also sie halten sich da mal so ein bisschen bedeckter, sage ich jetzt mal. Damals hat man schon gesagt, das ist Neurodermitis. Und ich war als kleines Baby schon unglaublich damit, ich sag jetzt mal, angegriffen. Also meine Haut war wirklich unglaublich schlimm, unglaublich trocken. Daher war ich auch so, das ist ein oder andere Mal ein Schrei-Baby. Das Ganze juckt natürlich und als kleines Baby kannst du da nicht kratzen oder sagen, oh, das ist mega unangenehm. Daher war ich manchmal einfach so ein bisschen ungenießbar. Nennen wir es mal so. Und als ich dann größer wurde, habe ich Kapseln bekommen. Das waren reine Ölkapseln, keine Schmie, kein gar nichts weiter. Da war ich, glaube ich, so um die drei Jahre alt. Und diese Kapseln haben geholfen. Ich habe diese Kapseln genommen und nach ein paar Monaten, Wochen war komplett alles weg. Wirklich komplett alles weg. Alles war wirklich super. Meine Haut war unglaublich gepflegt, richtig gut. Und davor hatte ich einfach auch sowas wie Cortison und wirklich reine Chemie-Sachen bekommen, die das Ganze einfach immer nur wieder unterdrückt haben. Das Ganze kam immer wieder. Dann habe ich diese Kapseln bekommen und alles war weg. Dann habe ich die Kapseln noch eine ganze Weile genommen, ein paar Jahre. Irgendwann haben wir dann damit einfach aufgehört. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie jedenfalls einfach aufgehört. Dann war es so gewesen, dass ich so zu Pubertät 15, 16 auf einmal wieder ganz, ganz schlimme Haut bekommen habe. Wirklich richtig extrem. Ich rede jetzt nicht vom Pickel, sondern wirklich richtig offene Stellen. Ich habe mich richtig doll blutig gekratzt, weil das hat so gejuckt. Also ich hatte wirklich unglaublich offene Stellen. Manchmal sah ich auch so aus, als ob ich mir wirklich einen kompletten heißen Eimer Wasser über die Haut geschüttet hätte. So schlimm sah das einfach aus. Und natürlich so mit 16 möchte man gerne so auf Disco und so weiter gehen. Ich habe manchmal dann wirklich abgesagt, weil ich konnte mich nicht schminken. Es hat so gejuckt. Meine Augen haben getränt. Das war extrem einfach. Und das Ganze ist dann natürlich wirklich unglaublich traurig. Da hat man ja so seine besten Jahre mit. Es beginnt so die Disco-Zeit und man möchte schön aussehen. Gerade als Mädchen ist das, denke ich, auch wirklich unglaublich wichtig. Dann einfach auch mit anderen teilzuhaben und sein Leben einfach zu genießen, sage ich jetzt mal. Also es war wirklich ganz, ganz schlimm. Ich durfte mich dann, oder das heißt, ich durfte, ich, natürlich durfte ich mich schminken. Aber ich konnte mich nicht schminken, weil das das Ganze einfach nur noch schlimmer gemacht hat. Vor allem halt eben im Gesicht. Ich wusste nicht mehr, welche Creme ich benutzen sollte, weil es tat alles einfach nur noch weh. Duschen, Bahnen, das war alles total schlimm, weil das einfach unglaublich weh tat und gejuckt hat. Und das einfach alles nur noch verschlimmert hat. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich doch diese Kapseln genommen habe. Und diese Kapseln, muss ich sagen, haben mir dann wieder unglaublich gut geholfen. Das Ganze war dann wirklich wieder komplett weg gewesen. Dann war es so gewesen, ich bin schwanger geworden und meine Kleine hat auf einmal auch so trockene Hautstellen bekommen. Und das Ganze wurde auch immer schlimmer. Die Ärzte haben dann natürlich, wie immer, Kortison verschrieben. Alles mögliche an chemischen Salben und so weiter. Also nichts Pflanzliches, wirklich nur die reinen Chemiebomben. Und dann habe ich mich an diese Kapseln erinnert und meinte so, Mensch, damals hatte ich solche Kapseln bekommen. Wie sieht es denn aus und so weiter. Und dann meinte die Ärzte so, naja, sie kann ja jetzt noch nichts schlucken oder so. Sie ist ja noch zu klein und so weiter. Und dann hat sie mir einfach eine Salbe verschrieben. Und gut warm. Und zu Hause dachte ich mir so, Mensch, diese Kapseln, die ich da genommen habe, das war, in diesen Kapseln war einfach Öl drin. Und außen herum war so eine Gummihülle, wie so ein, wie beim Gummibärchen, sag ich jetzt mal. Also so kam mir das so vor. Also das Außenrum war quasi nur dafür gedacht, dass dieses Öl in dieser Kapsel bleibt. Aber das Außenrum war nichts weiter groß. Und dann habe ich zu Hause gesessen und mir gedacht, Mensch, es muss doch eigentlich dieses Öl auch einfach in einer Flasche geben. Dieses Öl muss es doch einfach auch in einer Flasche geben. Und tada, dieses Öl gibt es auch in Flaschen abgefüllt. Das ist ein reines Naturprodukt. Das Ganze nennt sich Nachtkerzenöl und hilft unglaublich, wenn man schlimme, schlechte Haut hat. Es hilft bei Neurodermitis. Das Ganze ist einfach auch nicht nur gut für die Haut, das Ganze ist auch gut für den Magen. Ich habe lange Magenprobleme gehabt. Das Ganze hilft wirklich unglaublich gut. Es hilft auch für Haare. Also es ist wirklich ein super Produkt. Und das Ganze ist einfach pflanzlich, wirklich total natürlich. Also hier nimmt man einfach keine Chemiebombe oder so. Jedenfalls habe ich mich an dieses Produkt wieder erinnert und habe das dann, wie gesagt, in dieser Flasche hier gekauft. Ich kann euch das gerne unten dann auch nochmal verlinken, wenn du dich dafür interessierst. Und dann habe ich unsere Kleine einfach damit erst einmal eingerieben. Und dann hat sie auch jeden Tag hiervon einfach einen Löffel bekommen. Also im Teelöffel reicht hier völlig aus. Hier steht auch oben, einen Teelöffel täglich verzehren. Und hier ist ja auch wirklich nichts Schlimmes bei. Also sowas kann man auch wirklich einfach kleinen Kindern geben, weil das ist ein Öl und jeder kocht mit Öl oder Butter und so weiter. Und ja, das ist wirklich ein reines Naturprodukt. Daher braucht man da auch bei Kindern überhaupt keine Bedenken oder Angst davor haben. Lediglich, wenn man hier die ganze Flasche ausdrängt, könnte einem schlecht werden. Aber ansonsten passiert hier wirklich überhaupt nichts. Bei mir war es einfach damals so gewesen, als ich so 16 war, da habe ich mich dann wirklich ganz, ganz stark mit Neurodermitis auseinandergesetzt. Ich habe mir Hefte angelegt und geguckt, warum, wieso, weshalb. Das ist jetzt noch ein viel, viel größeres Thema. Ich kann mal so ein paar Sachen noch einblenden und euch einfach auch unten verlinken. So das Thema Neurodermitis ist wirklich ein riesenkomplexes Thema. Was ich aber noch sagen möchte, ist dieses Öl. Das ist halt einfach normalerweise produziert die Haut, Linusäure heißt es, glaube ich, ich will es jetzt nicht falsch sagen, ich blende es mal ein. Und wenn man Neurodermitis hat, dann produziert es die Haut einfach nicht alleine, also dass sie alleine wieder nachfettet und so weiter. Und Neurodermitis kommt einfach aus dem Knochenmark. Und da muss man quasi ja so ein bisschen was von innen heraus tun. Und dieses Öl macht es einfach auch. Also ich sah damals wirklich unglaublich schlimm aus und meine kleine Maus hatte das dann auf einmal auch. Und ich dachte mir so, oh nein, sie soll bitte nicht so leiden wie ich. Und habe ihr das wirklich sofort dann gleich bestellt und gegeben, eingerieben, einen Teelöffel genommen und plupp, alles war komplett weg. Sie hat die schönste Haut, die man überhaupt nur haben kann. Ich bin unheimlich froh, dass mir das wieder eingefallen ist und dass wir das auch gleich genommen haben. Ich habe wirklich sofort die ganzen Kortisonensalben alles weggelassen. Die Ärzte haben mich dann zwar noch kurz gefragt, so Mensch, ist ja alles wieder gut. Und dann habe ich denen das erzählt. Aber die haben das auch so ein bisschen abgetan, muss ich jetzt sagen. Und dann einfach so, ach so, ja, naja, nehmen Sie, wenn es hilft und so, ne, ist ja nichts weiter dabei. Und da muss ich sagen, finde ich das einfach schade, dass sowas nicht mal die Ärzte ausprobieren. Oder den Leuten einfach mal sagen, Mensch, versuchen Sie mal dieses Öl, rein pflanzlich und so weiter. Sondern nein, es gibt immer wirklich gleich Chemiebomben. Und ich möchte einfach mit diesem Video hier euch zeigen und sagen, dass es wirklich auch anders geht. Also wenn ihr so trockene Haut habt, trockene Hautstellen, Neurodermitis oder vielleicht auch so ein bisschen unter Haarausfall leidet und so weiter, versucht es einfach mal. Ich meine, das ist ja nichts Schlimmes bei. Nehmt einfach jeden Tag einen Teelöffel oder reibt euch ein, wenn ihr irgendwie so schlimme, trockene Hautstellen habt. Versucht es einfach mal. Probiert es einfach mal aus. Meine Haare, muss ich sagen, sind dadurch auch schon viel besser geworden. Ich hatte unglaublich tolle Haarausfall. Das haben auch viele nach der Schwangerschaft, aber bei mir hat es dann einfach nicht wieder aufgehört, sage ich jetzt mal. Und das hat mir so, so gut geholfen, dieses Öl. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Probiert es aus. Ich bitte euch, schickt dieses Video hier wirklich weiter und teilt es mit anderen, die Hautprobleme haben. Denn es ist manchmal wirklich so, so einfach. Man muss sich nicht immer extrem mit Chemie zuknallen und so weiter. Ich hoffe einfach, dass ich dir damit helfen kann und dass du dann einfach keine Hautprobleme mehr hast. Es kann manchmal wirklich so einfach sein, einfach nur dieses Öl zu nehmen und mehr ist es dann auch gar nicht. Ich drücke dir die Daumen, dass du ab jetzt keine Hautprobleme mehr hast und würde sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao.